Wir haben jetzt ein Finale und das lautet Torsten Legert gegen mich. Das Finale geht auch bis 11. Ein Satz nur? Genau. Torsten hier? Ich da? Du bist rot, du bist blau. Torsten Legert! Torsten Legert! Und Elton sorgt hier für eine leichte Stimmungsverschiebung in Richtung Torsten Legert! Stefan Raab! Also wir haben das große Finale, so wie es rein von der Papierform hier die Experten sicherlich vorhergesehen haben. Die beiden Kampfsäue treffen aufeinander. Stefan Raab mit Aufschlag gegen Torsten Legert. So, los geht's Torsten! Wäre ja gelacht, wenn ich so ein Fußballfuzzi nicht im Headis besiegen könnte. Stefan, warte mal! So, was denn? Auf geht's! Alles klar? Und das beginnt aus Stefans Sicht semi-optimal. Er muss mit dem Kopf berühren. Aber erst, wenn man mit dem Kopf berührt, zählt es als Aufschlag-Versuch. Hat er jetzt schon mal auf jeden Fall überflüssig ein paar Endorphine vergeudet. Wer weiß schon, wen es gut ist. Geht nicht auf die Kante, nein, niemals, da fehlt ein gute 5 Zentimeter. Den kriegt Stefan nicht rein diskutiert. 1 zu 0 für Torsten Legert. Und das ist clever gewesen von ihm. Sehr, sehr clever von Torsten Legert. Doch nicht auf die Birne von Stefan zu zielen, sondern trifft ihn an der Schulter. Damit keine Chance, den zurückzubringen. Diesmal aber der Punkt für Stefan. Hat er jetzt den Schwachpunkt erkannt? Sehr, sehr lange Bälle wieder. Torsten spielt sie einfach mal sehr, sehr lang. Und zwingt Stefan damit in den Fehler. 3 zu 1 für ihn. Nein! Und der nächste Fehler ist Stefan, der zu einem Punkt von Torsten führt. 4 zu 1. Hier. Beim ersten TV-Total-Headis-Turnier. Yeah! Aber Stefan kommt wieder ran. 4 zu 2. Also eine Weltpremiere, das erste Headis-Turnier, das in kompletter Länge im Fernsehen übertragen wird. Und der ist auch knapp dahinter. 5 zu 2 für Torsten Liga. Stefan muss jetzt anfangen zu punkten. Aus! Raus! Nicht genommen, nicht genommen. Es war dran gegangen, aber es war hinterm Tisch, ganz klar, nicht über der Platte. Also 3 zu 5 aus Stefans See. Aus! Yeah! Man, der spielt sie so lang, Torsten Liga. War bisher damit erfolgreich. Aber als wäre die Platte jetzt plötzlich einen Zentimeter zu kurz. Stark geholt von Stefan Raab. Trifft noch die Kante, allerdings nicht die Kante der Tischplatte. 6 zu 4. 2 Punkte der Unterschied. Es geht bis 11. Ah! Yeah! Mann! Haben sie vielleicht ein bisschen drauf gewartet, dass der an der Netzkante war. Aber der Schiedsrichter hat weiterspielen lassen. Punkt für Stefan. Nur noch einen Punkt zurück. Yeah! Und der war auf der Kante die schwierigsten Bälle, die es überhaupt gibt. Keine Chance für Torsten, dort ranzukommen. Ausgleich. 6 zu 6. Es ist das große Finale. Zwischen den beiden. Jetzt spielt Stefan Leiter. Und er wird unterspielt von Torsten Liga. Auch dort muss Stefan den Kopf versuchen tiefer zu bekommen, dann blockt er den. Aber das ist sehr, sehr leicht gesagt schwer getan. Und da war er nicht dran. 8 zu 6. Und ich Stefan. Ja! Und der war einer der Kante, Stefan Rath wieder im Glück mit der Tischkante. Aufschlag. Wieder der Anschluss. Ein Punkt nur noch. 8 zu 7. Aus Sicht von Torsten. Schwer zu holen von Stefan, aber der kriegt den Kopf runter und bringt ihn noch über. Ausgleich. 8 zu 8. Raab ist wieder drin im Spiel. Aufschlag ligert. Lang gespielt. Und nicht dran diesmal. Diesmal fehlen die berühmten Zentimeter. 9 zu 8. Sehen Sie, Kopf schon unten von Stefan, weil er weiß, die kommen meist schon lang und aggressiv. Und auf die Kante. Und dann den Return. Nicht pariert. Matchbälle für Torsten Liga. Zwei Matchbälle. Wird er der erste Champion hier sein. Im Headis-Championat. Im Headis-Spezial. Und Raab kommt wieder ran. Ein Matchball noch für Legas. Und dann steht es unentschieden. Jetzt kommt es auch auf die Nerven an. Ja! Und da hängt er. Unentschieden. So, zwei Punkte Vorsprung braucht man. Zwei Punkte Vorsprung. Ausgleich. 10 zu 10. Es hätte nichts spannender kommen können. Zwei Giganten treffen aufeinander. Ja! Und der geht drüber. Damit Matchball für Stefan. Torsten hat. Torsten hat. Du hast jetzt nur noch zwei Angaben. Oh! Torsten! Also. Jetzt wird also verkürzt dadurch, dass man zwei Punkte Vorsprung braucht. Zwei Angaben. Zwei Unterschied. Und war nicht dran. Jetzt wechselt der Aufschlag jetzt immer? Jetzt hast du noch einen Aufschlag und dann ist Wechsel. Immer nur zwei Aufschläge. 11 zu 11. Sie haben es mitbekommen hier. Zwei Aufschläge jeweils. Und Stefan kriegt ihn nicht drüber. Damit Matchball für Torsten. Ein weiterer Matchball für ihn. Ja! Und der ist schwierig. Und damit gewinnt er. Raab hat keine Chance bei diesem Let's Roller. Torsten Legat ist erster Sieger. Mein Fälle-Spezial hier bei TV-Total. Gratulation. Riesenkampf, ey. Geiles Spiel. Ja! Torsten Legat. Geiles Spiel. Sophie, Schüller und Max Klau. Luke Mopprig. grooming an B Ramner. Einten. Das war's für heute. relay relay tryt now! Und nächste Woche haben wir eine Woche Herbstpause. Das heißt, wir sind zurück am 27.10. mit TV Total. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen.